Willkommen zu Mission Nummer 25, das ist die hier, Stufe 41 und ja, wir gehen wieder Richtung Platin, nach und nach, Erfolg für Erfolg. Bin sehr, sehr gespannt, ist eine Nebenmission, aber wir kriegen ja immer irgendwas. Bei der letzten Mission haben wir zum Beispiel einen neuen Geist bekommen, also wir schalten hier immer neue Dinge frei und da bin ich jetzt mal gespannt, was uns hier erwartet. Ah, wir können hier übrigens leveln. Ich habe ja jetzt genug, 68.000. Mal auf Magie, sind wir bei 55 Magie schon mittlerweile, das ist wirklich sehr, sehr gut. Okay, gucken wir mal. Okay, die Map kennen wir, das ist die von der letzten Hauptmission. Das ist dieselbe. Komm, rennen wir rein. Jawohl. Passt. Freiwillig sollte ich nicht rein. Zack. Passt. Das ist die Magie, das ist echt leicht. Also, da sind die ganzen Leute da, die ganzen Gefahren, besser gesagt, die oben lauern, sind gar keine Gefahren mehr. Okay, nice. Okay. 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 fast ich würde mal sagen gehen wir hier hoch oder ja genau können wir uns einen kleinen überblick verschaffen kugeln wir können auch hier ganz nach oben hier waren wir gar nicht beim letzten mann die kuss er ist noch mal so ein typ Opa, fast hat er mich getötet. Hat er mich echt gut überrascht. Beim letzten Mal ist hier keiner gestanden. Hier ist er gestanden. Okay, hier ist keine verborgene Wand. Voll viele solche Gegner. Ich glaube, die droppen sogar so ein Set, wenn ein spezielles. Muss ich mal gucken. Okay. Nice. Ja, das ist ja nicht geil, diese Talismanne. Die fliegen zwar ein bisschen blöd, aber die Explosion ist so heftig. Hast du ja gesehen, gleich zwei Gegner auf einmal. Das Flinticus. Fast. Okay. Okay. Fast. Nice. Okay, was haben wir noch? Da ist noch einer. Der Hund. Die Hunde sind doch jetzt unspektakulär. Aber ich denke, das wird dann noch viel krasser, wenn da mehrere kommen und mehr Gegner unterwegs sind. Dann werden die auf jeden Fall Probleme machen. Kann man hier was machen? Nein. Das gehen wir mal mit. Dann gehen wir mal nach oben. In den Wald. Schauen wir mal, wie weit die Karte geht. Bin ich mal gespannt. Weil die war ja schon groß. Aber die Nebenmissionen sind immer kürzer. Also das ist nicht so, sagen wir mal ausführlich. Ah, jetzt habe ich verpeilt. Schuss. 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 Wir haben noch water. Fast. Ja, es ist echt bequem. 32.000 schon wieder. Ich hoffe, dass hier ein Schreien ist, weil uns geht jetzt langsam die Magie aus. Ah, da ist ein Hund. Der Hund hat ihn geweckt. Ich konnte nichts machen. Da war so ein kleiner Stein rechts. Und an dem bin ich nicht weiter gekommen. Ich wollte eigentlich nach hinten rollen. Siehst du, was ein Hund ausmacht. Okay, so jetzt raschen wir aber durch. Schauen wir mal, wie weit sie uns verfolgen werden. Okay, der Hund verfolgt uns ziemlich weit. Fast. Verwende die extra zuerst. Jetzt mal, damit ich dann umschalten kann. Weil dort beim zweiten Bildschirm, da ist ja meine ganze Heilung. So, jetzt lassen wir von dem Hund mich verarschen. Oh, da sitzt er. Fast. Was nützt sein Schwert bei einer Schießerei? Der hat es noch schön mit Feuer gemacht. Fast. Okay, jetzt nochmal hier. Okay, hier ist der Affe. Hier ist auch noch ein Weg. Ich glaube, hier geht es nicht weiter. Haben wir zugemacht. Okay, alles klar. Aber ich muss sagen, das wird die geilste Platin überhaupt. Also ein Nio 2 Platin ist schon echt heftig. Gut. So, jetzt können wir rumstellen. Okay, das ist dann. Okay, das ist dann. Okay, das ist dann. Ich mag hier immer noch sehr viel. Aber noch einiges. Hier ist noch ein Schrein. Das muss man jetzt mal sauber machen. Gut. Ja, dann schreien hätte ich schon gern. Dann müssen wir hier sauber machen. Aha. Ich hoffe, dass nur dieses Monster ist. Das kann man ja wirklich leicht machen. Das ist sehr anfällig gegen die Magie. Oh, das ist jetzt unterbrochen. Wahnsinn. Oh, okay. Komm, komm, komm. Ja. Passt. Uh. Okay, passt. So, dann können wir hier bieten. Wir haben fast wieder ein Level Up. Brauchen nur noch 3.000. Ich denke, die 3.000 haben wir. Gucken wir mal. Inventar. Großer Geisterstein. Perfekt. Fünf Stück sogar. Keiner Geisterstein. Kleiner Seelenstein. Okay. Okay. Wir haben 74.000. Dann würde ich auch noch mal hier mal kurz gucken. Ein Punkt, zwei Punkte. Ja, machen wir hier mal drauf. Und Magie. Hier den Gesundheitszuwachs durch Elixierung um 8%. Das können wir auch noch nehmen. Okay. Alles clear. Gucken wir mal. Hier ist noch eine Quelle. So, ich guck mal kurz. Brazara wird schon bei einer Festplatte angeschlossen. Die piepste die ganze Zeit. So, jetzt. Geht man hier mal rein. Klick. Ja, ich muss sagen, jetzt ist es echt angenehm so. Auf dem Level. Wenn man spiert, dann nur weil man halt unaufmerksam war. Oh. Oh. Ich habe mich erwischt. Passt. 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 Okay, das weiß ich auch noch, wo wir sind. Ja, die andere Map habe ich mir sehr gut gemerkt, weil ich da aufgestorben bin. Okay, dann können wir direkt nach links im Endeffekt gehen. Ja natürlich, ja natürlich, sitzt er dort am Baum. Und killt uns mit einem Hit. Okay, so, das ist jetzt aber ein anderer Weg. Hey, 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 chill, 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 ich kann nichts machen. Okay, wir müssen in die andere Richtung, da müssen wir hin. Okay, da ist mal die Quelle. Was zum Teufel hat er, was piepst du da rum? Was ist die Kacke nun? Ja! Ich habe es genommen, ich glaube, ich habe es genommen. Ich hoffe, ich habe es genommen. Ja, ich habe es genommen. Ich habe es genommen, ich habe es genommen. Was? Hier sind 3 Affen, Alter. So, weg hier. Was? Noch ein Affe? Da ist ein paar Äppeln. Alter, hier ist der ganze Wald volle Affen. Das gibt es auch. Crazy. Kommen wir da hoch? Ok, da haben wir keine Chance. Weiter gehts. Oh. Könnt ihr mal aufhören, mich zu verfolgen? Besondere an, hier... H3! A7! B1! A8! 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 ich frage mich was wir hier machen sollen weil hier ist zu ist der der oberboss oder was ich glaube das ist wirklich der oberboss und hat voll viel ausgelten ja das ist der oberboss, guck mal was da aushält meisterstufe, ok da hat trotzdem keine chance haben zu viel magie ja tatsächlich das war der boss ok nice dann springen wir zu der nächsten mission also hau rein wir sehen uns und abonnieren den kanal ja ja ja